Willkommen bei letztem Curvy Dreamland, meinem ersten Curvy-Spiel und das ist auch im Grunde genommen das allererste Curvy. Willkommen! Hallo? Okay, also wir wissen es. Curvy! Curvy, das Spiel erschien 1992 oder im Jahr, was auf dem Titel ist für den Gameball im Jahr 1992. Ich will jetzt keine mega Informationen dazu geben, sondern will lieber Curvy genießen, das erste Curvy-Spiel, heute wird die Musik hören. Das sind so schöne Musik! Und wer habt's da? Also genug vom Sing, das ist nett, das bestimmt. Also wir machen hier weiter. Es ist eine tolle Welt. Also Curvy Dreamland als allererstes Curvy-Game erschien, das Ganze für den GB. Nintendo hat sich dabei wieder mal selbst übertroffen. Und wenn ich sage übertroffen, dann meine ich es auch so, weil es ein wirklich tolles Curvy ist heute auch geil, sehr cool. Denn weil das scheint auch Curvy und der Regenbogenpinsel, das werde ich allerdings nicht spielen, weil es eigentlich dumm klingt. Keine Ahnung, wieso. Aber es war jetzt kein Frühlings-Special-Teil-Dumm-Spiel. Also weil jetzt hier der 23. März ist und heute eigentlich der 23. März? Ja, das ist es. Da heute der 23. März ist, möchte ich jetzt auch mit Curvy feiern. Weil vorgestern der Frühling begonnen hat, das will halt jeder. Und das meint man, weil es gestern war der Tag, wo Tag und Nacht gleich lang waren. Ich glaube, Curvy ist den, der es nicht weiß. Aber ich habe es gar nicht gewusst irgendwie. Keine Ahnung, wieso. Keine Ahnung, wieso ich es nicht gewusst habe. So habe ich es nicht gewusst. Wie auch immer, das Spiel, wenn wir ihn, denke ich mal, so 3, 4 Parts durchkriegen, weil es relativ ganz simpel ist. Manche Spieler von Curvy wussten gar nicht zum Beispiel, dass Curvy Gegner einsaugen kann. Das fanden sie erst in Smash Bros. aus, weil Curvy in diesem Spiel gar nicht die Gegner nur kopieren kann. Aber nicht kopieren, sondern in einsaugt und nach unten drücken, dann kann man es nicht. Die kann man nicht kopieren. Ich check's auch nicht. Also, ich check mal nicht. Und dann, das ist ein Beispiel raus. Das waren die meisten, das ist ein Beispiel raus. Wir werden selbstverständlich auch hier auf dem Ambulator spielen, denn ansonsten ist es natürlich nicht gut. So, wir schaffen den ersten Boss, das ist der erste Boss, der Baum. So, noch ein Leben hat er. Noch ein Leben hat der Wichser. Dieser Baum ist noch ein sehr bekannter Boss aus der Curvy-Reihe. So, der wird tot. Und schon... ähm... So. Das Spiel hatte kein Remake. Das ist Stage 2 Card 부�roy. Das sind Phase 2 Negrafen. Das ist검 Also, Lalalal... Also, wenn man Steuerkreuts nach unten drückt, während Curvy das halt... Wird Curvy... was endert, dann passiert nichts. Das ist allerdings auch schade. Halt da, ich will jetzt einsammeln. Es gibt hier nichts zu sammeln. Das finde ich schade. Sehr schade sogar. Ich kenne das Spiel eigentlich fast gar nicht. Ich kenne ihn nicht mal in Bosnum. Es heißt ihn Lonolol. Weil es hat mich nicht wirklich immer interessiert, das Spiel. Es ist schön gut, es ist toll. Es war ein mega Grundstein für Kirby. Aber, weiß ich. Das habe ich mich auch immer gefragt. Wie mag ich Kirby spielen? Kirby habe ich schon immer gewocht, aber nicht riesig. Keine Ahnung. Boss, Zwischenboss. Okay, gut. Okay, der Boss ist ein Hardcore. Nicht wo. Okay, also man muss. Man muss, wenn der Gegner hat. Da, da, da. Das hier machen. Sauge. Sauge, mein Gott. So. Sauge. Stimme. So, genau das muss man tun. Entschuldige mich für einen Moment. Einen Moment. Eigentlich ist es nicht gut. Alles in Ordnung. Zum Glück gibt es diese geile Sprecherfunktion auf dem Game Boy. Äh, aus dem Genre Müt habe ich das gemützt. Na, oh, geile. Na, Zitomate. Können wir hier Items geliehen, geil? Checken wir ab. Ich habe das Spiel nicht wirklich gemocht immer, weil es ist halt wegen dieser Indoggle-Teil. Weil Gabi immer noch für bekannt war, dass er gegeneinsaugen konnte. Das ist einfach so eine Brechheit. Wieso hat Nintendo das so gemacht? Ich check es nicht immer heute noch nicht. Ich sag mal, wie ihr Tindras macht, ist halt in der Sache. So. Jetzt kriegen wir die Superschaffen Curry zu spüren. Es ist super scharf. Es ist scharf. Es ist super scharf. Es ist scharf. Die super mega scharfe Currywurst. Achso, ihr könnt Feuer spielen. Achso, ich dachte, wir wenden zum Warum. Tut mir leid. Okay. Kirby. Also, es ist hier ganz... Wo ist hier allein gestellt? Das ist nicht Kirby-typisch, theoretisch. Aber ist es eigentlich überhaupt ein Kirby? Ich weiß es nicht. Also, genieß das jetzt Play einfach. Das ist eigentlich nur zwei Farce lang. Also, denke ich. Wenn wir alles richtig machen. Aber nicht, dass es so cool sein wird. Und das Bett, das Bett, nein? Alter! Ich bin hier. Hier allein, ja. Genau da. Oh! Guck! So, genau da. Oh mein Gott, die Katze. So, jetzt kommt der Boss. Und das hatte ich an ihm so sehr. Ja, ich hasse ihn so fucking sehr. Er ist so dumm. Er ist einfach dumm. Dumm, Dimmer. Oh! Oha! Fuck me. So, genau. Das war nötig. Die Katze nervt. Alter, wenn sie rausfällt, dann kann ich nichts. Also, habt ihr es mir auch gehört? Ja oder nein? Tut mir leid. Leute, aber ich kann nichts dafür. Wenn ich nichts dafür kann, dann kann ich nicht. So, wir sind tot. Das hat gefehlt. So, wir können den Boss natürlich auch mit ihm versuchen. Aber wenn wir es auch schaffen, dann fahren wir es nicht. Kirby's Dream. Kirby ist übrigens auch später pink geworden. Und den Grund, weil... Das ist Kirby. Kinder. Kinder. So, genau so. So soll das machen. Aber wie kann man sich nicht treffen lassen? So. So. Fuck me. Das hat mir nicht gefehlt. Gut. Ich weiß nicht mal, wie man ein Leben bekommt hier in Karin. Das ist zu schwer. Das kann sein. So. So. So, gut. Gut, gut, gut. Fick mich. Fick mich. Alter. Okay, der erste tot. Der erste tot. Finden wir uns damit ab. Das ist tot. Genießen wir es einfach. So. So muss man es eigentlich. Okay. Alles klar. Fuck me. Fuck me. Fuck me. Fuck me. Fuck me. Das ist unmöglich, die zu schaffen. Ich war kurz davor. Aber das ist so unfair. Gut. Eins zu eins. So. So. Zweite. So. Gut. Fuck me. Gut, das war böse. Böse. Gut. Noch ein Leben. Ein Leben. Bro. Jeder. Punkt. Hat nur noch gesagt. Gut, so muss man das machen. Also. Die ersten beiden Tränen. Nicht beachten, bitte. Dafür. Stamper. Stage 3. Flood 1. Oh yeah. Eben. Start. So. Hier speichere ich mal. Save game. Save game 1. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich weiß nicht noch, wie viele Leute das Spiel hat. Ich hab keine Ahnung, wie viele Leute das Spiel hat. Ich hab keine Ahnung, wie viele Leute das Spiel sind. Aber die Muscheln. Ja. Doch. Ich weiß nicht mehr, was da boah. Boah, 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 boah. Ich kann eigentlich Kirby schwimmen, oder was? Ich denke nicht. Oder lass dich lieber. Fick dich. Also fickt euch alle. Fick euch. Fick euch weg. Also ich denke, es ist keine gute Idee, mit Kirby zu gleiten lassen im Looper. Und ich sterbe. Lol, Leute. Ich sterbe. Ganz schön. Hallo. Ein Item. Ein Item. Ich sterbe. Okay, gut. Gut, gut, gut. Gut, gut. Okay, alles ist noch im grünen Kasten. Es ist nichts passiert noch. Und das. Und da ist so ein Bastard. Fuck you. Hier rein. Nein. Das. Dieser Füchser. Der ist so behindert. Sind die Gegner hier behindert? Das ist unschaffbar. Leute. Also ich bin kein Japaner, Leute. Aber das ist echt assozialistisch. Gut. Gut, 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 gut. So, da noch. Und jetzt. Da gehen wir jetzt durch. Gut. Als taktisch Wormachen. Gut, okay, gut, okay. Wir sind auch nichts verloren. Gut, als Verdauung. Verdauung. Tadak. Oh mein Gott. Jetzt kommt er. Alles normal. Gut. Okay. Noch nichts verloren. Nicht verloren. Wirklich. Da ist noch die Tür. So ein Zwischenboss. Das ist auch kein Zwischenboss. Wie ist das denn Zwischenboss? Gut. Noch nichts verloren weiter. Curry. So. Nicht jetzt. Jetzt. Jetzt gibt's aber auch gleich auf die Currywurst. Jetzt aber. Die werden euch alle tun. Alle. One up, one up, one up. Gut, gut, gut. 50 Minuten dauert noch der Erdfahrt. Also genieß doch diese eine Minute. Können wir's tun, dann. Ich werde mich Kollektor an die Zeit halten. Fick mich. So. Da. Die Schmosser. Rapser. Nicht. Sag nicht, dass jetzt so ein blöder Fisch kommt. Äh. Ein Moby Dick. Ups. Wir stecken fast. Nö, nö, nö. Das sieht doch in Universale aus. Und ich weiß. Hier ist alles so gut. Erst in der See. Okay. Shooter. Geile Scheiße. Shooter. Ich liebe es. Shooter. Oh, wie. Greif mal. Nö, nö. Ahnung. Entschuldigt. Entschuldigung. Wo streiten wir meine 50 Minuten Grenze? Aber ich habe keine 50 Minuten Grenze. So. Okay. 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 Da. Fick mich. Fick mich. Fick mich. Wo muss man treffen? Ich schick das nicht. Okay. Okay. Das ist ja irgendeine Weise Schaden gemacht. Sollen die Teile zurückschießen? Oder muss man einfach nur viele Male schießen? Gut. Okay. Gut. Okay. Das ist ja Schaden gemacht. Irgendeine Weise. Keine Ahnung. Geil. Wir haben es geschafft. Ein Leben noch. Gut. Bro. Bro, bro, bro. Geile Scheiße. Geile Scheiße. Bubbly Clouds. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wenn euch das Let's Play gefasst hat, dann bitte einen Daumen hoch geben. Tschüss. Guter Abschied, oder? Also, tschüss.